Loredana Wollny und ihr Partner Servet haben aufregende Monate hinter sich, im Dezember wurde das Paar Eltern eines Sohnes, im März folgte dann die romantische Verlobung, die die 19-Jährige mit einem romantischen Bild bei Instagram bestätigte. Die Tatsache, dass Loredana Wollny im Netz aller Fotos mit ihrem Verlobten Servet gelöscht hat, sorgte im Wollny-Kosmos jüngst für großes Entsetzen. Nun äußerte sich die 19-Jährige zu den Gründen. In den vergangenen Wochen war es auf dem Instagram-Profil der TV-Bekanntheit, die Wollnys, verdächtig still geworden. Zuvor hatte sich das Nesthäkchen aus Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie dort immer häufiger mit ihrem türkischen Freund gezeigt. Doch damit war von einem auf den anderen Tag plötzlich Schluss. Am Dienstag, 25. April, folgte der nächste Paukenschlag, Loredana sämtliche Fotos, auf denen Servet in irgendeiner Form zu sehen war, konsequent von ihrem Profil entfernt. In Inflinker kreisen meist ein klares Indiz für ein Liebes aus. Nun meldete sich die 19-Jährige erstmals persönlich zu der radikalen Löschaktion zu Wort. Wir sind nach wie vor sehr glücklich zusammen, stellte die Blondine im Interview zunächst unmissverständlich klar und erstickte damit jegliche aufkommenden Gerüchte gleich mal im Keim? Ich habe die Beiträge archiviert, weil es zu bösen Aussagen in den Kommentaren, aber auch Privatnachrichten gekommen ist, und in denen Servet und ich rassistisch beleidigt wurden, erklärte Loredana gegenüber dem Portal. Derlei Aussagen wolle sie keine weitere Plattform bieten. Mit dem Vater ihres vier Monate alten Kindes schwebt die jüngste Tochter von Realty-TV-Star Sylvia Wollny, 58, Promi Big Brother, also weiterhin auf Wolke 7. Eine Trennung wäre für einen Teil der Community der Großfamilie wohl nur schwer zu verkraften gewesen. Wenn ihr euch auch noch getrennt habt, glaube ich jetzt wirklich an nichts mehr, schrieb eine Usain auf Instagram, nachdem sie von der Löschmaßnahme Wind bekommen hatte. Der fallende Stein der Erleichterung war bis Radheim zu hören. Nichtsdestotrotz stimmt der Auslöser für Loris konsequentes Handeln mehr als traurig. Aus demselben Grund ließ bereits ihre Schwester Estefania Wollny, 21, die Pärchenfotos mit ihrem Freund Ali aus dem Netz verschwinden. Löwenmama Sylvia hatte sich bereits vor längerer Zeit schützend vor ihre Töchter geworfen und eine schockierende Auswahl an Hassnachrichten und rassistischen Beleidigungen gegen ihre Kinder öffentlich gemacht. Doch ihr Machtwort scheint wenig bewirkt zu haben.